Einen wunderschönen guten Abend, liebes Publikum, seien Sie ganz herzlich willkommen hier und vor den Bildschirmen. Schön, dass Sie dabei sind beim Kultursommer im Jüdischen Museum Berlin zum 20. Jubiläum dieses Hauses. Direktorin dieses Hauses ist Hattie Berg. Liebe Hattie, erstmal Gratulation. Ein fünftel Jahrhundert jüdisches Museum Berlin. Vielen Dank. Das ist ein Malpaar. Das will gefeiert werden und das macht ihr mit diesem Kultursommer. Was erwartet die BesucherInnen hier? Was habt ihr euch gedacht hinter diesem Minifestival? Ja, wir haben diese Reihe von vier schönen Abenden hier in das Platanenwäldchen, wo die Menschen vor Ort sehen und sie zu Hause hoffentlich zugeschaltet. Und wir haben Themen gewählt, die auch mit unserer neuen Dauerausstellung zu tun haben, die jetzt fast ein Jahr geöffnet ist und die man jetzt auch wieder besuchen kann. Und wir haben uns wirklich fokussiert auf das jüdisches Leben heute, weil das ist auch ein Teil der Dauerausstellung, die mehr in den Fokus gezogen ist im Vergleich mit dem alten. Ja, jüdisches Leben im Alltag, jüdisches Leben heute und My Jewish Soundtrack heißt heute, die Überschrift dieses Abends. Du hast gerade gesagt, die Themen haben fast alle mit der Dauerausstellung zu tun. Gibt es da eine Verbindung auch in My Jewish Soundtrack zur Dauerausstellung? Ja, wir haben in der Dauerausstellung nicht nur Räume, die die Chronologie der jüdischen Geschichte, 1700 Jahre jüdisches Leben, in was wir jetzt Deutschland nennen, aber es gibt auch Themenräume. Und eine von den Themenräumen ist der Klangraum. So, wie klingt das Judentum oder wie klingt jüdische Kultur? Und das ist von Liedern aus der Antike, liturgische Musik bis zu Popmusik und Musik von heute. Und das ist, wir haben in der Dauerausstellung, wir haben Text, wir haben Wort, Bild, Objekte und auch Musik, weil das ist natürlich auch ein sehr wichtiges Teil einer Kultur und in der jüdischen Kultur natürlich auch sehr, weil in der Musik haben die Juden immer auch die Einflüsse übernommen von der Umwelt, wo sie gewohnt haben. Ich finde, das ist ein sehr schönes Thema, ein sehr sinnliches Thema. Ich habe dann, als die Frage kam, ob ich Lust hätte mitzumachen, das hier zu moderieren, habe ich sofort gesagt, ja, wunderbar und hat man mir den Spaß erlaubt. Und in meinem Umfeld so ein wenig gefragt, was jüdische Menschen für Musik hören, was sie mit My Jewish Soundtrack so assoziieren. Und jeder hat dazu was zu sagen, von Ladino über den jüdischen Song, jüdische Arbeiterlieder bis israelische Lieder, natürlich auch liturgische Gesänge, ganz klar. Also dann geht es weiter mit Amy Winehouse, Simon & Garfunkel. Wie sieht es bei dir aus, Hetti? Wie sieht dein Jewish Soundtrack aus? Sehr viele von, was du genannt hast. Auch Ladino, natürlich einige Lieder aus der Synagoge, die mich immer wirklich berühren. Ich habe selber auch Jiddisch studiert. Mit Jiddisch habe ich auch eine große Affinität. Und wenn ich einen von meinen Favoriten heute nennen darf, ist das ein Lied, Halleluja, von Daniel Kahan. Ich glaube, es ist ein bisschen cheesy, aber es ist wirklich wahr. Und das war sehr schön, wenn ich das zum ersten Mal gehört hatte. Eine Freundin hat es mich geschickt, bei Internet, von YouTube. Und dann, den nächsten Tag, hatte ich gehört, dass Leonard Cohen gestorben war. Das war so eine fremde Coincidence, ein fremdes Zufall. Aber das finde ich so schön, dass dann ein neues Lied geschrieben wird, heute, im Jiddisch. Und ja, das ist wunderschön. Aber mein real Jewish Soundtrack ist mein Sohn, weil ich jetzt DJ. Ein lebendiger Soundtrack, sehr schön. Herzlichen Dank, Hattie Berg, dass wir heute zusammen hier sein dürfen. In diesen Zeiten doch was Besonderes. Und nochmal Gratulation, 20 Jahre Jüdisches Museum Berlin. So, und wir haben auch einige Jubiläumsgäste nach ihrem jüdischen Soundtrack gefragt. Und ich freue mich sehr, dass wir das große Glück heute Abend haben, ja, den Bauherren, den großartigen und renommierten Architekten Daniel Liebeskind mit von der Partie zu haben und ihn nach seinem jüdischen Soundtrack zu fragen. Herzlich willkommen, welcome, Daniel Liebeskind. Und ich begrüße aufs Herzlichste die Rapperin und Songwriterin Sharon. Den Musiker, Komponisten, Sänger, Theaterregisseur Daniel Kahn, von dem gerade schon die Rede war. Heute bei uns ist der Veranstalter Roy Sinai. Herzlich willkommen, Baruch Haba. Und den wunderbaren Schriftsteller, Journalisten, ja, und auch sehr musikaffinen Menschen Dimitri Kapitelmann. Herzlich willkommen. So, und jetzt würde ich bitten, alle Platz zu nehmen. Daniel Liebeskind, Sharon, Daniel Kahn, Dimitri Kapitelmann und Roy Sinai. Bevor wir über Musik sprechen, liebes Publikum, denke ich, sollten wir die Gelegenheit nutzen, wenn wir schon den großartigen Architekten Daniel Liebeskind bei uns haben, ihn mal zu fragen, wie er sich in, ja, seinem Haus, muss man ja sagen, so fühlt. Lieber Daniel Liebeskind, was verbinden Sie mit diesem Bau, mit diesem Museum, mit diesem Ort Berlin, der ja ein wichtiger für Sie geworden ist, wie fühlen Sie sich hier im Jüdischen Museum Berlin 20 Jahre, nachdem es eröffnet worden ist? Ist das auf? Ja, danke sehr. Ich muss das in Englisch antworten. Es ist nicht mein Museum. Es ist ein Museum von Berlin. Es ist ein Museum von Deutschland. Es ist ein Jewish Museum. Und das ist das, was ich durfte, zu kreieren, was etwas, was nicht um mich, um die Geschichte, die Traditionen und auch die Zukunft der Jewish Kultur, in einem Land, das so großartige Jewish Kultur hatte, nur zu sein, natürlich, komplett verletzten in diesen fötigen Jahren. So, I feel great. I feel great to see, you know, people enjoying the new exhibitions. It's just a wonderful feeling to be in a place which is now an address that can invite people of all sorts, not Jews, but all others. Das, absolutely. Ja, also ich werde das ganz kurz zusammenfassend übersetzen. Es ist nicht mein Haus, nicht mein Museum, sagt Daniel Liebeskind. Es ist das Museum aller Menschen und es ist ein sehr besonderer Ort, in dem es nicht nur um Geschichte und Tradition geht, sondern vor allem auch um die Zukunft. Natürlich an einem besonderen Ort wie Berlin in Deutschland, wo wir ja wissen, das jüdische Leben ja komplett zerstört worden ist, vernichtet worden ist, umso besonderer ist es hier zu sein und er freut sich. Es ist in der Tat ein besonderer Ort. Sie sind nicht nur Architekt, lieber Daniel, das habe ich jetzt gelernt im Zuge meiner Vorbereitung. Sie haben in Ihrem ersten Leben tatsächlich Musik studiert und zwar in Israel und New York und dann erst später kam die Architektur hinzu und in Ihrem Soundtrack, da finden sich einige jüdische Lieder. Mit welcher Musik sind Sie selbst aufgewachsen, als Kind, als junger Mensch? Well, I grew up in Poland and that's where I started studying music very early on. At the age of maybe five, I started playing the accordion. And the music which I grew up with was classical music, basically, which I transcribed to the instrument, which was not really a classical instrument in a conventional manner. But, you know, it was music, kind of universal music, whether it was, you know, Schubert or Mozart or Bach or, you know, the charters, the Hungarian dancers, Brahms, Liszt. Yes, and it sounded really great on the accordion. And, of course, I also absorbed a lot of Yiddish songs from my parents who sang them. That was not promoted on Polish media. You could not find it, but my parents sang and they sang in Yiddish. And my father was a very good singer who had, by the way, before he died at the age of, you know, 90 or something, he transcribed his own musical notation. He had no education, but he created his own musical notation and he's created a companion of more than 250 Yiddish songs with their words. It's kind of an archive of the imagination. So, yeah. Beautiful. Music was part of my life. Ja, Musik spielte eine ganz große Rolle. Schon als Fünfjähriger begann er, das Akkordeon zu spielen, denn ihr Liebeskind ist in Polen aufgewachsen. Und er hat universelle Musik gehört. Mozart, Bach, Schubert, aber dann auch Czardasch, ungarische traditionelle Volksmusik, hat angefangen, das alles auf dem Akkordeon zu spielen, aber eben auch jiddische Lieder. Und er hat erzählt, dass sein Vater ein großartiger Sänger war, vor allem dieser jiddischen Lieder und viele Lieder, um die 250 aufgeschrieben hat, in seiner ganz eigenen Notation, weil er gar keine musikalische Ausbildung hatte. Ein richtiges Archiv ist so entstanden. Ich kann mir vorstellen, dass eines dieser Lieder auch das war, was tatsächlich für Sie ein ganz besonderes Lied ist. Wir hören mal rein, liebes Publikum. Ja, es ist eigentlich eine Art jüdische Hymne, mit der viele, glaube ich, Jüdinnen und Juden weltweit aufwachsen. Sognit Kaimol, hier gesungen von Chava Alberstein. Ja, wir haben immer nur Ausschnitte vorbereiten können. Das hat auch gematechnische Gründe. Chava Alberstein, eine israelische Sängerin, eine Legende, die auch sehr viel jiddisches Repertoire gesungen hat und eben auch diese Hymne. Lieber Daniel, was bedeutet Ihnen dieses spezielle Lied? Well, es wirklich was associated with the Hymne of the Warsaw Ghetto und also with the Warsaw Ghetto Uprising. Und es ist eine Sängerin, das war gesungen durch die Katastrophe, durch die Mörder, aber es hat immer noch eine Rolle spielt in Publikum gatherings. Subsequently, in Israel, wo ich lebte, und natürlich in den USA auch, in gatherings. Und es war ein kind of Hymne of the Jewish Labour Bund, which was probably one of the largest political parties that Poland ever saw. Es war die Jewish Party, aber es war die Party of Socialism, Party of Democratic Socialism, of Labour Socialism. Und es ist eine Sängerin, die ich associate mit both die seriousness und die irreversibilität der Vergangenheit, aber auch eine Sängerin, die immer etwas positiver ist. Es ist nicht eine Sängerin, der zurückblickt auf das Irretrievable, aber es spricht über den Blumen am Ende. Also es ist etwas sehr bewegend, als ich es höre. Und diese Hava-Alberstein-Version ist eine sehr schöne. Es ist eine sehr bewegend, schöne Melodie. Und natürlich die Worte von einem jüdischen Poet. Ja, es erinnert an vieles. Zunächst ist es im Warschauer Ghetto entstanden, dieses Lied im Warschauer Ghetto-Widerstand. Vor allem spielt es eine ganz große Rolle. Aber auch dann später, nach dem Zweiten Weltkrieg, gerade wenn jüdisch-sozialistische Kreise zusammenkamen, der Jüdische Arbeiterbund, eine ganz wichtige Partei in Israel, später in den USA, wurde gerne zusammen dieses Lied gesungen, was einerseits eine unglaubliche Ernsthaftigkeit in sich trägt und auch zeigt, irreversibel ist die Geschichte, die Vernichtung der Juden, gleichzeitig aber auch ein Fünkchen Hoffnung und Positivität in sich trägt und über den blauen Himmel spricht. Und das berührt Daniel Liebeskind bis heute. Ja, wir werden in den Soundtrack vielleicht ganz kurz nochmal gucken von Daniel Liebeskind. Wir haben ihn hier auf einer der Leinwände für Sie nochmal projiziert und da wird Ihnen eines auffallen, mir ging es zumindest so, zwischen all diesen jüdischen Songs findet sich auch was von Johann Sebastian Bach, die Cello Suites. Warum und wieso? Darüber ein bisschen später mehr. Ich würde gerne erst einmal weitergehen und sagen, Daniel Liebeskind, thank you very much, vielen Dank, Christiane Biskup, danke fürs Übersetzen an dieser Stelle und würde gerne Sharon vorstellen. Sharon, israelische, queerfeministische Rapperin. Sie ist auch zu finden in der Ausstellung A wie jüdisch. Möglicherweise haben Sie sie wiedererkannt und später wird sie uns auch noch hier ein Konzert heute Abend geben, auf das ich mich sehr freue. Sharon, schön, dass du heute da bist. Deine musikalischen Wege führten dich über Auftritte beim Jurovision Song Contest. Ich weiß nicht, ob sie den kennen, aber legendär jüdische Jugendclubs deutschlandweit haben die Jurovision irgendwann ins Leben gerufen und richtig professionell ist das Ding inzwischen. Da sind ziemlich viele Leute inzwischen auch hervorgegangen daraus. Dann hast du dich in die deutsche Hip-Hop-Untergrundszene aufgemacht und bist unter anderem bei Rap am Mittwoch zu erleben, auch als Vorbandband warst du unterwegs, unter anderem von Zuki, auch einer feministischen, wunderbaren Rapperin und auf deinem Jewish Soundtrack, da finden sich vor allem israelische Lieder, habe ich gesehen, vor allem, nicht nur, aber vor allem. Ist das die Musik, mit der du aufgewachsen bist, Sharon? Eigentlich nicht wirklich. Es war mir das auch erst ziemlich schwer, eine Playlist zu erstellen, nur mit jüdischer Musik oder israelischer Musik, dachte ich, aber dann ging es dann doch dann, als ich losgelegt habe, ist mir dann immer mehr eingefallen. Aber anfangs war es ziemlich schwer, weil ich bin aufgewachsen mit, vorwiegend mit American Rap aus den 80er, 90ern, aber dann auch durch meine Eltern viel mit Legenden wie Queen oder Aretha Franklin, Phil Collins, Pink Floyd, also da sind viele verschiedene Einflüsse mit drin. Aber so speziell mit israelischer Musik eigentlich erst mal nicht. Das war mehr so im Hintergrund. Ja, und wann kam das? Das kam einmal als Kind. Da hat mir ein Lied, das ist das, was die auch nachher vorstellen, das hat mir besonders gut gefallen. Das wollte ich unbedingt nachsingen und so bin ich überhaupt zum Singen erst gekommen. Und dann etwas später, als meine Eltern mich zu einem Konzert von Idan Reichel mitgenommen haben. Das war so inspirierend. Also er ist auch sehr gut vertreten. Er kommt, wollte ich gerade sagen, er kommt auf dem Jewish Soundtrack doch einige Male vor. Aber das Lied, das du uns sozusagen als dein Lieblingstitel mitgebracht hast, ist ein altes, traditionelles von Naomi Schemmer. Das ist eine der ganz großen Volksliedkomponistinnen Israels aus dem Jahr 1963. Und da hören wir auch mal rein, liebes Publikum. Es heißt Chorchata Eucalyptus. Ja, da wird der Eucalyptuswald besungen, auf eine sehr israelische Art und Weise, wie ich finde. Warum dieser Song genau? Was hat dich denn daran so berührt? Das war alles ziemlich spontan. Meine Oma hat den im Radio, glaube ich, damals noch laufen lassen, als wir zu Besuch waren. Und ich fand das toll. Und dann habe ich das auf YouTube mir angeschaut und habe einfach aus Spaß immer mitgesungen. Aber halt zu Hause oder unter der Dusche oder so für mich. Und irgendwann waren wir in Israel wieder bei einem Familienbesuch. Und wir sind in einen Kinderspielpark gegangen. Also so ein Lunapark, so eine Freizeitveranstaltung. Und hinten im Park war so ein Contest für Kinder, ein Gesangskontest. Und spontan dachte ich, ich war fünf Jahre alt, dachte ich, hey, warum nicht? Alle waren schon angemeldet. Also das war, ich wurde irgendwie noch so mit reingequetscht. Und dann hatte ich, alle waren natürlich vorbereitet. Ich hatte keine Musik dabei. Und dann habe ich gesagt, ich will aber, ich mache es a cappella. Und dann habe ich es gesungen. Mit fünf Jahren, gutes Selbstbewusstsein, nicht schlecht. Ja, also meine Mutter erzählt mir da Geschichten. Die haben mich gefragt, wo ich wohne. Und ich habe gesagt, zu Hause. Also ich habe vielleicht ein bisschen sehr unvorbereitet. Aber es war ganz witzig. Ich habe es a cappella gesungen. Und ich meine, ich habe in dem Alter noch gar nicht wirklich verstanden, warum es überhaupt geht in dem Lied. Erst später. Und habe dann den ersten Platz gewonnen. Und dann bin ich von der Bühne runter und habe zu meiner Mama gesagt, okay, das will ich machen, wenn ich groß bin. Ich mache dann Musik. Gesagt, getan. Und jetzt sitzt du hier und gibst uns nachher einen, denke ich mal, einen Eindruck deines aktuellen neuen Albums gerade rausgekommen. Floettica heißt es. Was allerdings eine ganz andere Richtung ist. Okay, wir sind gespannt. Gucken wir noch ganz kurz auf deinen Soundtrack, den du uns mitgebracht hast. Idan Reichel werden wir da öfter erleben, der im Übrigen hier auch im Jüdischen Museum schon aufgetreten ist. Wer von Ihnen kennt Idan Reichel, einfach nur mal so eine kleine Umfrage ins Publikum, einige, der hat sich große Verdienste erlangt in Israel, denn er hat als Popsänger unglaublich viele Einflüsse, vor allem äthiopische, aber nicht nur mizrachische Einflüsse, osteuropäische Einflüsse, eigentlich alles, was ja heutzutage Israel ausmacht, an Kulturen in seine Musik mit eingebaut, ist damit unglaublich erfolgreich. Er macht das so schön. Er macht das so schön. In der Tat. Vielen Dank erst mal, Sharon. Kommen wir mal zu Dimitri Kapitelmann. Lieber Dimitri, viele Menschen werden deine wunderbaren Bücher kennen. Übrigens sind die hier auch in der Dauerausstellung zu sehen. Da kann man schon mal einen kleinen Vorgeschmack bekommen. Eine Formalie in Kiew wäre hier zu nennen, ist gerade vor kurzem erst erschienen. Oder das Lächeln meines unsichtbaren Vaters. Und natürlich auch als Journalist kennt man dich. Für die Taz schreibst du, für die Zeit, für unterschiedliche Zeitschriften. Aber du machst eben auch Musik. Wie kommt's? Die Musik mache ich vor allem, um nicht verrückt zu werden und ab und zu glücklich zu sein. Das hilft? Ja. Okay. Und die anderen Sachen mache ich auch, um nicht verrückt zu werden. Aber eher aus Armut, nicht verrückt zu werden. Du trittst dann auch unter deinem Künstlernamen Dima auf? Ich bin ewig nicht mehr aufgetreten. Dann wird's wieder höchste Zeit, würde ich mal sagen, oder? Ja. Um nicht verrückt zu werden. Ich bin eigentlich gerade ein sehr glücklicher Musikprivatier. Mir macht es wahnsinnig Spaß, Musik zu schreiben und zu komponieren, von der ich weiß, die veröffentliche ich gar nicht. Interessanterweise wird das die beste. Das wäre eigentlich die, die es am ehesten verdienen würde, veröffentlicht zu werden. Aber vielleicht täusche ich mich da auch. Wer weiß. Vielleicht kriegen wir dich ja heute Abend noch dazu, dass du dann doch denkst, ach doch, könnte man doch vielleicht mal was draus machen. Aber also verstehen Sie mich nicht falsch, ich war noch nie glücklicher mit der Musik. Ich glaube, du wirkst auch ganz entspannt, muss ich sagen. Und durchaus positiv. Das ist kein Rückzug. Das ist eher ein ganz großer Aufbruch. In der Zeit, als du auftratst, spielte da tatsächlich der Jewish Soundtrack in irgendeiner Weise eine Rolle für dich? Das kommt darauf an, wie sehr ich unintendiert das Jüdische verkörpere beim Musikmachen. Das musst du uns jetzt genauer erklären. Also bewusst nicht. Ich würde mich niemals hinstellen und sagen, diese Musik soll jetzt eine Religion oder eine was auch immer Ethnie in sich verkörpern. Dazu ist ja Musik nicht da. Aber ich ertappe mich sehr oft dabei, dass ich sage, der Text, den du da geschrieben hast, das ist jüdischer Humor. Und das ist extrem jüdische Musik, die du da fabrizierst, ob du willst oder nicht. Dein Soundtrack, den schauen wir uns jetzt einfach mal an. Von Amy Winehouse, über Chili Gonzales, über George Gershwin. Ist dann doch eher angloamerikanisch geprägt. Da ist nichts mit Jiddisch. Und den Lieblingstitel? Ja, vielleicht darf ich noch ganz kurz etwas zu meiner Sozialisierung sagen. Bitte. Meine Eltern, die aus Kiew hierher emigriert sind, haben mich wahnsinnig früh mit russisch-jüdischem Chanson gequält. Mit Alexander Rosenbaum, der dann entweder vom Krieg singt oder eine Metapher findet, die dann den Krieg meint. Und es wurde terrible. Also es war viel, nicht, dass die Musik nicht fantastisch ist, aber ich war einfach zehn. Give me a break. Und ich bin dann... Alles nur aus Liebe, das ist völlig klar. Ja, aber zu wem? Zu Herrn Rosenbaum? Ja, und ein bisschen auch zu sich als Rosenbaum-Hörer. Ich bin dann so ähnlich wie Sharon relativ schnell zur Rap-Musik graviziert, zu amerikanischer. Ich war wahnsinnig hypnotisiert vom lyrischen Aspekt daran. Bin ich immer noch. Also das hat für mich eine wahnsinnige Autorität gehabt, dass man so ganz direkte Musik hat. Und dann erzählen Leute aber tatsächlich was darüber. Ich kann mich noch erinnern, wie mein Vater und ich vor dem Fahrstuhl stehen im achten Stock im Plappenbau in Leipzig und ich habe so meine Kopfhörer drauf und mein Vater guckt mich an und sagt, du siehst aus wie ein betender Orthodoxer. Wer hätte das gedacht? Welche Parallele? Jawohl. Ja, tatsächlich. Wir können jetzt gerne zu meinem Lieblingstitel übergehen. Das machen wir auch an dieser Stelle und lassen das andere mal sacken. Das ist ja wirklich ein schönes Bild. Der Lieblingstitel von Dimitri Kapitelmann. Mike Miller, Small Worlds. Das war der jüdische Moment in dem Song? I doubt it. Whatsoever. Aber wie sehr interessiert dich, ob ein Künstler, eine Künstlerin tatsächlich einen jüdischen Background hat? Ist das irgendwie... Also gibt es so... Meine Großmutter sagt immer, ah, das ist der jüdische Puppig in uns allen. Wir gucken immer bei Filmen abstammen, ah, hier ist ein Jude, da ist ein Jude, da ist ein Jude oder klar, Simon Garfunkel, Juden, natürlich. Also gab es das auch oder gibt es das auch bei dir? Eigentlich interessiert mich manchmal nicht mal der Mensch zur Musik. Also ich kann stundenlang nach Musik suchen, einfach in Plattenarchiven oder bei Spotify, was ein großes Geschenk und ein großer Fluch ist jetzt. Und ich will gar nicht wissen, was die für eine Nase haben und wo die aufgewachsen sind. Vor allem interessiert mich die Musik. Ja, wäre schön, wenn es alle so sehen würden. Vielen Dank erstmal, Dimitri Kapitelmann. Und wir kommen zu Roy Sinai, auch zu ihm ein paar Worte seit 2010 in Deutschland. kommt aus Israel, hier promoviert in Deutschland und er organisiert Musik- und Kulturevents, zum Beispiel den Karneval de Purim. Das ist ein jährlich Stadtfinder großer Purim sozusagen, also Purim-Karneval, der jüdische Karneval, wenn man so will, oder das Berlin-Hummus-Festival. Und du legst Roy auch selbst als DJ auf. Was für Musik hat dich geprägt? Mit welcher Musik bist du aufgewachsen? Schwierige Frage. Seit ich die Einladung bekommen habe für diese Veranstaltung, dann beschäftige ich mich immer noch mit dieser Frage. Und ich glaube, als Israeli ist auch die Antwort am schwierigsten. Weil wo eigentlich fängt dann israelische Kultur und dann beginnt die jüdische Kultur, das ist alles so, weiß nicht, zusammen gemischt. Ja, also als ich dann doch versucht habe, ein bisschen daran zu denken, kam mir dann mein ganz komischer religiöse Opa dann irgendwie in meinen Kopf. Und der, der seinen Wortschatz in Hebräisch war, sehr limitiert. Und der ist einfach dann den ganzen Tag dann rumgelaufen und einfach Synagoge, chassidische Lieder einfach gesummt. Das hat er den ganzen Tag gemacht. Und wir Kinder, wir haben immer Spaß daran gemacht. Aber dann, als ich irgendwann auch doch gezwungen wurde, in die Synagoge zu gehen, jüdische Feiertage, fand ich das immer sehr erleichternd und schön Teil auch dieser Gesang zu sein. Also die Gebete fand ich immer sehr, sehr langweilig und dann kam ab und zu auch Gesang und das fand ich sehr spannend. Und das war, glaube ich, so der erste Gedanke dazu. Später ja, wenn man halt zu Jugendlicher, so ein bisschen rebellios und dann muss man sich halt seine eigene Identität entwickeln und bei uns war das so, dass ich bin, also ich bin Mizrachi-Jude und bin in einer sehr, sehr Aschkenazi-Jude-Umgebung groß geworden und da gab halt so dieses Bild von, was ist halt die hegemonische Kultur, hegemonische israelische Kultur von der Aschkenazi-Jude oder Jugendliche und die waren natürlich alle in der Jugendbewegung von der Arbeitspartei Hanorovet und Osteuropäisch geprägt, europäisch geprägt. genau, ja, dazu natürlich gehörten auch alle Lieder von dieser Gründer-Generation von Israel und so ganz moderne israelische Rockmusik und ich habe mich immer nicht so wohl in diese Kreise gefühlt und so langsam hat sich so eine andere so Gegen-Kontra-Gruppe entwickelt und wir als wir uns unsere Identität halt entwickeln wollten, erst mal haben wir die andere Gruppe, die hegemonische Gruppe, die Aschkenazim genannt, obwohl viele davon gar keine Aschkenazim waren und wir waren halt so die Bad Boys und haben dann entschieden, die mizrachischen Bad Boys richtig, obwohl auch viele von uns sind meine beste Kumpel, damals war gar nicht mizrachi, die war völlig Aschkenazi und wir, also Teil davon war auch, dass wir viele mizrachi Musik gehört haben, was auch fast arabische Musik ist. arabisch geprägt, genau, Nordafrika. Fand ich eigentlich nie so spannend, außer vielleicht der Vater von israelischer Bluesmusik, ein schrecklicher Mensch, vergewaltiger, Drogensüchtiger, im Knast gestorben, hat sich Selbstmord gemacht, aber ansonsten später kommt man als Israel in die Armee und dann ist es alles, diese Identitäten werden eigentlich so fast gelöscht und dann kommt man irgendwie hört man neue Stile, ist man ein bisschen mehr offen für andere Arten von Musik und ja und dann genau als ich einen Titel für diesen Abend aussuchen musste, dann war das für mich alles klar, das muss ein Titel von Arik Einstein sein. Arik Einstein dann doch ziemlich weiß, Aschkenazi muss man sagen. da bin ich so eher als ich habe Arik Einstein immer als Konsens zwischen alle Insiders. Einer der großen Singer Songwriter im Prinzip der israelischen Geschichte und da hören wir mal rein und dieser Titel wird Ihnen bekannt vorkommen, warum, das hören Sie gleich, auf Hebräisch heißt er Amrulo, bitte. Tja, Adriano Celentano lässt grüßen. Herrlich, Arik Einstein mit Amrulo. Die israelische Musik, was mir auffällt, zumindest wenn man das Radio heute anmacht, dann ist der mizrachische Einfluss in der Popmusik doch auch groß inzwischen, oder? Ist das eine Entwicklung, die du auch so, also das ist mein Eindruck zumindest, die du auch beobachten konntest? Ich meine, Israel liegt quasi im Orient, also es hat sich geografisch vielleicht auch ein bisschen angepasst an den nahen mittleren Osten. Das stimmt, aber das war nicht so, also in den 80er-Jahren war das überhaupt nicht so, das hat sich so, glaube ich, zum Mitte 90er-Jahre angefangen und dann, also ich glaube, Mizrachi-Musik ist passiert, fast wie Hip-Hop eigentlich Mainstream in den USA gekommen ist, das ist sehr ähnlich mit Mizrachi-Musik, es ist wirklich sehr Mainstream gerade in Israel, aber das war wirklich auch ein langer Prozess, das war so wirklich so eine Subkultur, so fast Underground für viele Jahre. Es hat sich in der Tat erst in den letzten Jahren so richtig entwickelt und du hast, wir gucken mal auf deinen Jewish Soundtrack, sehr viel israelisches zeitgenössisches Havarim Shil Natascha sind dabei, Haji Rafot und Maschina. Hava Alberstein findet sich aber dann auch dort, also querbeet einmal sozusagen die israelische zeitgenössischere Szene neben Hava Alberstein und Arik Einstein. So, jetzt, lieber Roy, erst mal herzlichen Dank, Tudaraba. Willkommen zu Daniel Kahn, Musiker, Schauspieler, Theaterregisseur und Komponist, seit 2005 in Deutschland aus den USA kommt und einer der wichtigen Protagonisten, das muss man wirklich sagen, der zeitgenössischen jüdischen und auch jüdischen Musikszene, nicht nur hier in Deutschland. Daniel, mit deiner Band The Painted Bird hast du viele Alben herausgebracht, mehrfach ausgezeichnet worden. Seid ihr für diese Platten, warum beschäftigst du dich so leidenschaftlich mit jüdischer beziehungsweise jüdischer Musik, das spiegelt sich auch sehr schön in deinem Jewish Soundtrack wieder, den wir vielleicht im Hintergrund einfach schon mal sehen können. Warum? So jüdische Musik hat mich irgendwie gehabt, wie man auf jüdisch sagt, so gefunden, so geschnappt, so gefangen, ganz unerwartet und unerwünscht und ungesucht in New Orleans vor vielen Jahren und dann habe ich also viel von der heutigen oder modernen zeitgenössischen jüdischen Kultur findet an Workshops und Camps statt und ich habe diese internationale Community von Kulturarbeiter entdeckt in Kanada eigentlich an einem Workshop. Kulturarbeiter auf jüdisch also Musiker Sänger Musikerinnen Sängerinnen Lehrerinnen so Poeten Tänzer und ich war total berührt und inspiriert von dieser lebendigen Kultur dieser entwickelnden Kultur die nicht überall immer ist aber wo diese Events stattfinden findet diese Kultur statt und das ist nicht nur jüdischer Inhalt sondern ein jüdischer Kontext und wo dieser Inhalt auf die Bühne kommt dann kommt auch dieser Kontext mit und der Kontext ist eine kulturelle Gegenwart und hat nicht nur mit Vergangenheit zu tun Aber vielleicht ist das auch schon ein Teil der Antwort auf die schwierige Frage was ist eigentlich jüdische Musik denn diese Frage stellt sich natürlich wenn man fragt was hat Johann Sebastian Bach damit zu tun das werden wir gleich von Daniel Liebeskind erfahren was der auf dem Jüdisch Soundtrack zu suchen hat aber Daniel Kahn ist es die Kontextualisierung Ich habe eine kurze Antwort auf diese lange Frage die immer wieder gestellt wird Also jüdische Musik das habe ich auch Juri gesagt er schreibt ein Buch über jüdische Musik in Deutschland alle fragen was ist jüdische Musik ist Bach jüdische Musik ich weiß ja klar Bach gehört auf jeder Musik Liste jüdische Musik ist irgendeine Musik die versucht diese Frage zu beantworten das lassen wir erst mal so stehen finde ich eine gute Antwort aber deswegen ist auch diese Frage nicht so interessiert nicht so interessant für mich und auf dieser Liste das ist jüdische Musik weil dazu muss man diese Frage nicht stellen jüdische Musik ist jüdische Musik ist alle jüdische Musik jüdische Musik absolut nicht nee und ich würde auch nicht sagen dass Aschkenaz das sind andere Debatte was Aschkenaz ist oder das sind andere Kategorien in einem anderen Kontext auch und ich würde auch nicht sagen dass irgendwie die Aschkenaz Aschkenaz Kultur in Israel die gleiche wie jüdische Musik ist jüdisch jüdisch wurde auch deutlich verdrängt in der israelische Kultur von Aschkenazim man wollte nicht erinnert werden sozusagen es ist nicht nur zu erinnern es passiert noch das ist ein Teil des kulturellen Zionismus dass einige Sachen die zu der Kulturgeschichte und zu jüdischen Geschichte gehören verdrängt werden oder vergessen merken sie schon liebes dieses thema ist komplex wenn man anfängt sich erstmal damit ein wenig analytischer auseinander zu setzen juri gorsi darf das dann alles in seinem buch verarbeiten was wir hier in kurz form schon mal gehört haben daniel aber das sind das sind meistens lieder von menschen von spezifischen menschen die ich in dieser szene kennen auch aus kanada amerika israel russland deutschland überall und das ist eine lebendige bewegung die heute stattfindet und nicht besonders mit zerstörung oder oder vernichtung zu tun haben was mich sehr beruhigt als ich dich kennenlernte wurde mir das nochmal klar wie lebendig eigentlich diese jüdische musikszene ist wenn man in die new yorker knitting factory zum beispiel schaut frank london und laurence glamberg und alle die hier stehen im prinzip es gibt ja eine ganz große kultur die aus den usa irgendwann auch überschwappte hierher und im übrigen organisiert daniel kahn das städtel neukölln unter anderem den klezmer bund das ist eine vereinigung eine lose international von jüdischen musiker innen so jetzt schließt sich der kreis schönerweise deswegen auch du sozusagen zum schluss dieser runde hettie berg sprach vorhin von dem jüdischen halleluja lieber daniel du hast deine ukulele mitgebracht wir schauen mal du präparierst dich hier wie viel von diesem lied ich singen darf da ist der song der songs sozusagen aus seiner jüsch soundtrack playlist dabei wie viel von dem lied alles kann ich so viel wie möglich und dafür bitte erst mal einen applaus daniel kahn halleluja von leonard cohen wie schön vielen vielen dank dafür also der songs der song der songs aus dem jewish soundtrack von daniel kahn zum schluss eine ganz kurze runde liebe teilnehmende weil wir müssen ja noch ein bisschen umbauen für das konzert das wir dann von charon hier erwarten daniel why johann sebastian bach wieso also johann sebastian bach das müssen wir jetzt noch klären auf ihrer playlist auf ihrem soundtrack dem jüdischen you know it would be too stupid to believe that if a jew wrote a piece of music is jewish music and it would be too stupid to believe that propaganda of a nation creates national music that is authentically human but you know music is a is a mirror that reflects each era in each era there is a different kind of music but the mirror doesn't change because the mirror is the human soul and the human soul is oblivious to all sorts of agendas so when you take a music of let's say a very christian composer somebody who composed you know the greatest christian music in the world you know St. John's Passions and Matthew's Passions but when you listen to a fugue of Bach or the solo you know sonatas or solo cello violin you realize that there's a dialogue with the human soul which is completely free of all the accoutrements and all the infrastructure imposed by nationality by religion by theology and by the politics of the era so I think it is not by coincidence that Shakespeare is translated into so many languages you know why is Shakespeare performed in Japan why is Shakespeare performed you know in South America what does Shakespeare because Shakespeare somehow is a mirror that continues to reflect you know love jealousy hatred war peace human frailty immortality I think that's the same thing that really great composers or great music and some of it can be anonymous it can be anonymous music of the synagogue equally but it has to be found by a human being has to make a connection a spiritual connection because music is the least material of all arts that we have you know it has it leaves almost no trace and it seems to be that music is in itself the goal of music is silence somehow the old music drifts towards silence and that is kind of what defines the music and I think there's something profound about the discovery that music is transnational that music is without borders that music is not reflective of any power that is powerless and its powerlessness is what makes it so human it's so fragile it's so vulnerable and therefore memorable so yes there's the kind of connection between architecture and music because architecture too is kind of the other extreme it's so heavy and it's so ever present and it's so in there but at the same time it's also really incomplete you know unlike a poem or a symphony or a painting you know those are completed when the artist is finished but music but architecture like music is completely incomplete when it's finished because it's awaiting that spiritual experience of somebody entering you know looking out of a window so yeah that's thank you that was almost a philosophical lecture das werde ich jetzt nicht alles übersetzen ich hoffe Sie haben alles verstanden weil das wunderschön ist aber unglaublich dicht was wir hier gehört haben aber es liegt im Auge des Hörers des Betrachters sozusagen Musik ist wie ein Spiegel in den reingeschaut werden muss und dann entsteht genau diese Spiritualität und Daniel Liebeskind hat das wunderschön ausgeführt dass eben Musik frei ist von Populismen und Nationalismus sondern uns universal sozusagen als Mensch die Möglichkeit gibt es zu erleben und er hat auch noch einen wunderbaren Bogen zur Architektur gespannt wie die sich dazu verhält aber ich glaube das meiste davon werden Sie verstanden haben ich danke Ihnen allen und euch allen für diese Einblicke in eure Jewish Soundtracks liebes Publikum und Ihnen sehr hier unter den wunderbaren Bäumen den Platan und an den Bildschirm fürs Dabeisein alles Gute Tschüss und Ciao Applaus 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 Applaus